Igor Petrov ist 47 Jahre alt und ehemaliger IT-Leiter der Fern-East-Holding. Seit einem Burnout in 2010 hat er sich komplett aus dem Geschäftsleben zurückgezogen und seither widmet er sich nur noch seinen Hobbys Segeln und Reisen. Auf seiner neu erworbenen Yacht möchte er allerdings keinesfalls auf Luxus und Komfort verzichten. Und so spiegelt sich sein Fable für Technik auch hier durch modernste Steuerkommunikations- und Unterhaltungselektronik wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017